Sie suchen eine Wohnung im Zentrum von Wieselburg? Dann sind Sie jetzt fündig geworden und ich darf Sie sehr herzlich hier in dieser 3-Zimmer-Wohnung begrüßen. Diese Wohnung mit 3 Zimmer, mit 80 Quadratmeter Gesamtwohnfläche und einer Lodgier, welche zu einer großen Terrasse erweitert wurde, befindet sich mitten in der Stadt Wieselburg. Ein Mehrwert dieser Wohnung ist sicherlich die im Nachhinein installierte Bodenheizung im Wohnzimmer, im Vorraum zum Bad und im Badezimmer selbst. Nur wenige Meter sind es jetzt zum neu errichteten Merkur, ins Einkaufszentrum oder zu allen wichtigen Infrastruktureinrichtungen der Stadt. Ihnen gefällt diese Wohnung? Gerne können wir einen Besichtigungstermin vereinbaren. Rufen Sie mich einfach an! Ihr Remax Makler, Dieselberger Martin Was ist flipstund,ỡ? Was ist Laurier? Taas Kirch. berish Was ist da für die Jacobin Hicker? Was ist da für die Küchen?